You watch me bleeding till I can't breathe Shake your body down to my knees And now I'm weak Nicht? Jetzt? Doch, hab schon. Ich blöde angefangen, aber Hallo und jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight Will dich heute an Halloween Und was einem Wunder, wir sind auf der neuen Map Schaut euch das an, wir haben jetzt so ganz, ganz schnell Bandicam gestartet Das war gar nicht geplant, dass wir hier auf dem Generator Oh, hier kann den ich Wir haben ganz, ganz schnell Die Aufnahme gestartet, ja, mit dabei ist natürlich Viel gehört, dass die Engelchen und der Ditchi-Killer Hallo Es ist aber nicht mal gemeiert Nein Wo ist der Killer denn? Ja, und in meine Richtung Ja, ich höre jetzt stark Geh jetzt erstmal aufs Dach Oh, oder auch nicht Hast du's gesehen, Martin? Nee, ich hab mich hier erstmal versteckt Ja, ich bin ja hinter dir Guck mal, ich geh jetzt mal hoch, werd mal da Und jetzt guck mal hoch, gleich Ähm Na komm, wir müssen nur aufpassen Ja Ein verrückter Vogel, du Bist du jetzt mal hoch, oder kommst du? Scheiße Das ist der Fallensteller Wink Scheiße, was auf seinem Film Und das auf dein Map Alter, das Zücken dauert hier viel, viel länger Ja Ja, weil er dann wahrscheinlich Ähm Einen grad fahrt Also Dings Ja Alter, wo du hängst Hätt ich mal mal, wie groß die mehr bist Stehen das alle vor mir Hm Hätt ich nicht, ne? Leute, die sind scheiße angefangen Aber das war halt ganz spontan Gerade, weil wir sind nie damit gerechnet, dass uns nicht wegkommt Ja, wir wollen Trampe 7 und die Maps, die jetzt niemals kommen Ja Wir spielen das aller allererste Mal, geh mal auf Und das ist heute der Anreise zu zählen Ja, ich weiß Es sind heute schon Folgen umgekommen als Halloween Special Ja, aber, ähm, es geht erst Ja, klar, kommt die Folge eben und eine Woche später Egal Ja Machen wir ein, ähm, Halloween Special Habt ihr ja schon die Geschicht, ja Und Wir wollen, die kommen ja dann immer jetzt Montags Und dann habt ihr halt auch Spaß Ja, voll Nein Warum hat die wieder nicht aus? Ja, ich kann doch nichts machen Der kommt nicht, hallo Der ist hinter mir, der ist hinter mir her Ich hab' gedrückt Was ist das für ein Scheiß? Ich hab' gedrückt Was ist das für ein Scheiß? Ich hab' gedrückt Ich hab' gedrückt Ich hab' gedrückt Ey, was ist das denn, ey Ich häng' im Keller Ich hab' gedrückt Ja, und das ist schon verletzt Versuch' mit Versuch' mit Versuch' mit Nein, mach' das nicht, Martin Doch Er kämpft doch nicht Kann ich kommen Das ist ja so Das ist ja so Volle Ich hab' jetzt zweimal gemacht, aber ich mach's jetzt nicht mehr Muss kämpfen Ja, ist klar Weil du zweimal gemacht hast Ja, jetzt ist hinter mir her Super Wake up dein Leben, Baby Nimm es doch an, Mann, der nimmt es nicht an Ne, das dauert einfach voll lange Nein, der nimmt es einfach nicht an Ich habe A, B gedrückt und er macht nix Ach, hallo Ist das denn? Ach, hallo Guck mal, wie er da steht Ja Seht ihr das? Guck mal, der Haken, der sieht schon lila Ah, das ist also eine sehr gute Folge, aber ich sag' ja, wir machen auf dein neuen Map und das zählt Ah, ja Ich glaub' für euch werden wir jetzt noch mal was zu bekommen Hä? Bis gleich Bis gleich Jo Bis gleich Tschüss Bis gleich So, da sind wir wieder, wir sind zurück Ja, leider jetzt wieder auf der alten Map Aber ich hab' ja noch gar nicht gesagt, wer dabei ist Und zwar der DSLP wie immer und der Jay Deklar Hallo Oh, ich wurde schon wieder ausgefehlt hier So ne Scheiße, ey Oh nein, Dennis ist Michael Aber wie hieß das Dennis? Hast du jetzt... Hast du Dennis gesagt? Nein Ich hab' ich verstanden, aber ich hab' auch Hab' ich Dennis gesagt? Ja Ja Ich glaube Ich hab' doch gesagt, ach manch, Mensch, es ist Michael Nein Du hast gesagt, Dennis ist Michael Oh Oh Es tut mir leid, Leute Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich mit Halloween und ähm Erst bei mir? Ja Bei euch ist schon nicht mehr Halloween, aber Ja Das ist gut noch mal ein anderes Spielerei hier Ja Bei dem Spiel Finde ich eh nicht auf? Ja Normalerweise müsste ich mich jetzt gruselig schminken und Facebook Aber Dritte Figur ist hier Ja Ja Ist immer noch ein VDR Ja, ne Er hat mich nicht gesehen, der Idiot Oh mein Gott, ist der blind Er ist so blind Er ist so blind Er ist so blind Ja Und das ist jetzt eine vollständige Kante in unser freiner Rad Ganz schminkern auf der neuen Bucht, das er allererst gemacht hat Was? Me? Die letzten leider nur 5 Minuten Dann fangen schon alle tot, also Ja Ihr könnt euch ja nicht nur 5 Minuten zum Anschauen geben Nein, nein, das geht nicht, das ist auch nicht nett von uns Nein, deswegen nehmen wir direkt noch was mit der Heer auf und schneiden das zusammen Ist ja kein Problem Ich schneide gerne Ich hab schon einen Generator hier da angemacht Wax, und bist du das? Ja, äh, hallo, ich bin immer die Lori Ich hab's ja geigt Ja, aber, ach, wir hatten ja nur eine Lori hier drinnen, die Menschen Weg? Nö, nö Kennt ihr das, wenn ich einen Generator machst, ist auch du? Ja Ja, das ist so scheiße, meine Nass juckt schon Ja, das ist so scheiße, meine Nass juckt schon Oh, Martin, bleib, äh, guck dich Er ist dann im Haus gerade Ich drücke mich schon Oh, mein Gott, das Wenn ich mir eine Ausnahme mal stellen sollte, dann... Deine ist irgendwie bitter. ...dass sie dann... ...kleine... ...nackes oder saures Baden. Ach, die kann man ruhig bei mir stellen, ich habe meine Töne ausgeschaltet. Hahahaha. Fahre wir auf. Boah, ich habe ihn noch angemacht, aber er hat mich leider erwischt. Ne, er hat mich nicht erwischt und mein Lötchen. Oh mein Gott. Ich suche den Regenerator. Er macht ihn direkt neben der Hütte, ist einer. Willst du Töne retten, oder? Ja, hier ist ein Generator, den kann ich machen. Sieh, wir haben ja auch noch Zeit. Die Ausgänge sind so scheiße. So, ich komme. Nein. Ich gehe zum rechten Ausgang. Aber noch gute Farben. Er geht nicht so weg, aber er temt... Ja, er kommt direkt hier davor, nicht. Verpiss ich doch. Geht er weg? Nein. Nein. Wo ist er jetzt gerade genau? Unter. Bleibt er da stehen? Jetzt kommt er wieder zu. Nach vorne. So ein Arsch. Oh! Oh! Ich höre den Schlag. Ja, ja, ich nur erinnere. Runter. So, komm mit. Komm da, der Ausgang ist auch. Komm, komm, komm. Welcher? Okay. Links oder rechts? Sagt! Komm! Ja, können wir doch gerade nicht sagen, ich weiß ja nicht, links oder links. Ja, super! Links, glaube ich. Da, wo Anna hängt. Da ist der auch. Aber wir freuen sich. Oh! Scheiße! Du bleibst im Ausgang. Du bleibst im Ausgang, weil wenn du hängst, bist du tot. Ich und Claudette gehen. Ich hänge! Ja. Mach keinen Fluchtversuch. Wir sehen ja, Mathe von hier aus auch hängen. Vom Ausgang. So, was macht der Mathe? Der ist immer noch. Ja, er kämpft. Er kämpft. Er ist in der Hütte. Ja, ja. Boah, jetzt hast du das, ne? Wir hätten jetzt schon heute Abend paar Mal Camper. Ja, das ist so scheiße. In der Hütte? Ah, ich sehe, okay. Die sollten das echt mal einführen, dass wenn man kämpft, irgendwie, dass die dann Minuspunkte kriegen oder so. Ja. Mach den Wohl, ja. Hinten an der Mauer, er sieht aber den Haken. Das ist am Auto, am Pickup. Der ist jetzt hinten beim Paletten. Ich muss kämpfen. Ja, kämpf. Ich kämpfe einfach. Ah okay, ich sehe. Ah ok, ich sehe. Ah ok, ich sehe. Ah ok, ich sehe. Blind? er ist beim pick-up er läuft zur hütte in der hütte ist er jetzt warum ich bin gleich hier tot heilen oder laufen lauft erst mal er ist hinter mir her wenn ihr sicher seid dann lasst dich heilen absolut nicht sicher jedoch drüber glaube ich richtig weil ich glaube nicht richtig ich kann mich ja nicht sehen ich muss raus das war gerade so knapp der steht direkt am ausgaben du auch am ausgaben ich bin schon da drin aber da ist er auch da ist er ausgaben genau wie da da wartet auf die andere ja lass dich heilen von ihr lass dich heilen stopp siehst du martin ich hab doch gesagt oder wir zeigen den leuten jetzt dass wir überleben die sind keine luschen das gerade war nur irgendwo alle raus aber er war auch neu ja aber der hatte gar keine quirks ja und rang 20 also war er wahrscheinlich neu und er lieb direkt alter ja dann würde ich sagen vielen dank für's zuschauen bis zum nächsten mal bis dahin tschüss tschüss